Ja, das hier ist ein Top. Das ist ein Quirrell. Und wenn ich beides zusammennehme, dann denke ich immer gerne an meine Kindheit zurück. Und zwar gab es ein Spiel, das hieß Topf schlagen. Also Topf schlagen, vielleicht kennt es der eine oder andere von euch. Da wird ja als Kind die Augen verbunden, dann wird der Topf genommen, wird im Garten versteckt. Meistens wird unter dem Topf vielleicht noch ein bisschen Süßigkeiten oder ein kleines Spielzeug versteckt. Und dann darfst du als Kind losrennen und immer kloppen auf dem Rasen und irgendwann... Ja, triffst du da den Topf. Es macht Krach und alles, was unter dem Topf liegt, darfst du behalten. Und am Ende des Tages hast du dann eine ganze Menge Süßigkeiten und ein paar Spielzeuge und bist happy. Und jetzt wirst du sagen, Mensch Koschan, wie kommst du denn jetzt auf diese Topf schlagen-Geschichte? Naja, wenn ich das Budget für den nächsten Monat schaue, dann ist das so ein bisschen wie Topf schlagen. Weil ich habe zwar eine ganze Menge Einkommensströme und kann die immer recht gut kalkulieren. Aber im Juni renne ich so ein bisschen rum wie so ein Kind mit Augenbinde. Also da ist die Budgetierung ziemlich schwer. Also der nächste Monat ist wirklich der allerschwerste Monat, wenn ich zurückschaue, den ich zu budgetieren hatte. Aber gleichzeitig auch der interessanteste. Und wenn du jetzt wissen willst, warum ich so enorme Lebensausgaben haben werde voraussichtlich, warum ich mit Freelancing über 1000 Euro verdienen werde und warum ich mich mit sieben YouTuber zusammentue, dann würde ich sagen, ist das Video genau das Richtige. Und dann lass uns nach dem Intro eine Runde Topf schlagen. Ja, herzlich willkommen zurück. Und wenn so Themen wie Sparen, Investieren, finanzielle Freiheit, ich sage immer so Themen, die dir Cash in the Cash bringen, wenn das genau dein Ding ist, oder du Dividende genauso liebst wie ich, dann, falls es nicht schon geschehen, lass ein Abo da. Und wir schauen heute mal noch ein bisschen in die Zukunft. Wir schauen in die Glaskugel und die ist für den Juni ganz schön trübe. Nicht, dass er so schlecht ist, aber es ist sehr schwer, den Juni voraus zu planen, weil ich mache jetzt schon seit anderthalb Jahren wirklich immer ein Budget und bin mir immer recht sicher. Ich weiß, was für Einnahmen kommen, was für Ausgaben kommen. Aber der Juni, das wirst du gleich sehen, hat sehr viele, naja, Varianzen drin, die ich nicht beeinflussen kann. Aber am Ende des Monats, und da wirst du dich kaputt lachen, werde ich mit 60 Cent Minus rausgehen. Jedenfalls ist so der Plan. Und ich würde sagen, damit wir nicht so viel Zeit vergeuden, gehen wir jetzt mal wieder in meinen Bildschirm. Und wir fangen natürlich an, ich sage mal, am Anfang geht es nicht ums Geld, am Anfang geht es um die fünf Ziele des Monats. Und ich habe dir mal die fünf Ziele des Monats aufgeschrieben. Und zwar das erste Ziel, ich sage mal, viele haben schon mitbekommen, ist ein Community-Treffen. Es gab ja mal vor einiger Zeit die Frage, Kuschern, wollen wir uns nicht mehr persönlich Face-to-Face treffen? Bist du überhaupt echt? Gibt es dich überhaupt echt? Und da habe ich gesagt, ja, und das Treffen ist jetzt für den 17. Juni im Bitterfeld geplant. Und da haben sich jetzt doch ein paar Leute zusammengefunden. Das wären jetzt nicht so viele, das wären so zwischen fünf und zehn Leute. Aber die dann doch aus einiger Entfernung kommen. Und wo wir uns dann, ich sage mal, treffen über Finanzen, Frugalismus, über passives Einkommen, also alles, was so hier auf dem Kanal Platz findet, darüber werden wir uns unterhalten. Das werden wir an einem Tag machen, wo wir auch eine kleine Wandertour machen, ein bisschen schnabulieren. Also wir werden uns einen schönen Tag machen und einfach mal, ich sage mal, eine Runde, ich sage mal, so schön brainstormen. Und es ist ja auch immer eine schöne Sache, ich sage mal, gleichgesinnte zu finden. Und ich bin mal sehr gespannt, weil einige Zuschauer oder einige Zuschauer sind dabei, die auch schon ein paar Mal kommentiert haben, wo ich sage, Mensch, wie sind die in echt? Weil die meisten kennen mich, ich brauche da wahrscheinlich nicht viel zu erzählen. Aber dann kann ich auch mal, können wir uns alle kennenlernen. Und da freue ich mich, falls noch jemand spontan nach Bitterfeld will, zum 17. Juni zum Community-Treffen, zum Selbstschuld.com-Treffen, dann würde ich sagen, einfach nochmal einen Kommentar schreiben und dann sind wir vielleicht noch ein oder zwei mehr. Der zweite Punkt, und das ist eine Sache, ich möchte endlich die Grunderwerbsteuer für das Tiny House bezahlen. Und jetzt wird es langsam spannend. Ich hatte es schon im Livestream, ich kann dir mal verlinken, schon erzählt. Ich habe letzte Woche wirklich die Briefe bekommen vom Notar, dass jetzt alles durch ist, was jetzt, ich sage mal, schieflaufen hätte können. Also Amtsgericht ist durch, Nachlassgericht ist durch, die Einspruchsmöglichkeit der Stadt oder wie das heißt, ist durch. Und jetzt habe ich quasi schon den echten Kaufvertrag bekommen und erwarte eigentlich, dass ich in den nächsten Tagen oder Wochen, je nachdem wie schnell die Behörden sind, die Grunderwerbsteuer bezahlen kann. Und wenn das ist, dann geht es in Richtung, oder dann ist es schon beim Grundbuchamt und dann geht es relativ fix. Also relativ fix, das kann auch nochmal vier bis acht Wochen dauern. Aber dann werde ich vielleicht vor meinem Geburtstag das Tiny House besitzen und dann kann ich euch auf die Reise mitnehmen, wie ich da einsehe und was ich da alles mache. Ja, dann hatte ich es schon angeteasert im Intro. Und zwar, ich habe mich mit sieben anderen YouTubern zusammengetan und wir haben ein Seven-Versus-Money-Projekt ins Leben gerufen. Und da wird es ja wahrscheinlich im kommenden Monat, da muss ich noch eine ganze Menge zusammenschnippeln an Videos, aber da wird es dann auch ja das Ergebnis geben. Und sei gespannt, das wird so eine schöne, ja, eine Sache, die es eigentlich noch nicht gab. Ist jetzt nicht super was Besonderes, aber du lernst andere YouTuber kennen, andere Finanz-YouTuber oder Minimalisten und Fugalisten und das Ganze, ich sage mal, in einer schönen Kombination. Mehr will ich noch nicht spoilern. Dann freue ich mich auf das erste Familiencoaching. Das ist sehr wahrscheinlich am 10. Juni. Da treffe ich mich wirklich bei einer Familie. Ja, und da freue ich selber mal auswärts hin zum Coaching. Ich treffe echte Menschen und dann gibt es ein Coaching mit mehreren Personen, also mit einer Mutti, mit einem Sohn und so weiter und so fort. Und da bin ich mal gespannt, wie das läuft, weil das ist eine sehr spannende Sache. Also ich habe jetzt schon im Teaser gesagt, das ist sozusagen die Tupperware-Veranstaltung mit finanzieller Bildung. Mal sehen, wie das läuft. Also ich werde es einfach mal probieren. Und wenn mir das gefällt, kann ich mir das natürlich auch vorstellen, dass man, ich sage mal, nicht nur mal 1 zu 1 kutscht, sondern gleich mal wirklich in eine Familie fährt und sich die ganze Situation anschaut. Ja, und dann ist noch so auf dem Plan. Mal sehen, ob ich das schaffe. Jetzt ist ja der Flohmarkt vorbei. Ich kann es dir ja nochmal verlinken. Das Ergebnis war genial. Dann ist der Plan, dass ich jetzt, wo der Hof wieder frei ist, so ein paar gute Fotos schieße oder ein Video drehe, wo es darum geht, auch das Haus zu verkaufen. Und das sind fünf Ziele, die sind sehr verschieden, um das mal so auszudrücken. Aber das zeigt auch, dass der Juni ein spannender Monat wird, wenn man dann den Juni geschafft hat, ist schon wieder das halbe Jahr rum. Da sehen wir mal, wie schnell die Zeit vergeht. So, lass uns mal in Richtung Zahlen gehen. Und da kommen wir mal zur ersten Slide. Und das ist die Ausgabenplanung für den kommenden Monat. Also wir haben wie immer die Altersvorsorge. Da habe ich immer noch meine Allianz-Versicherung, wo ich noch einzahle. Die hat einen guten Zinssatz, wo ich aber sehr wahrscheinlich, ich sage mal spätestens, wenn ich im Tiny House bin, das mir durchrechnen werde und das stoppen werde und dieses Geld woanders investiere. Aber das entscheide ich dann, wenn der ganze Trash vorbei ist. Dann kommen wir zu den Fortbewegungskosten. Und da wirst du sagen, Kusche an 690,47 Euro. Wie kommst du denn darauf? Willst du irgendwo auf dem Mars fliegen oder weit weg verreisen? Ne, also der Juni ist immer der Monat, wo alles zusammenkommt, was das Auto betrifft. Also alles, was die Fortbewegungskosten betrifft. Und zwar normal Benzin oder vielleicht mal eine Fahrkarte. Das habe ich ja jeden Monat. Aber dann kommt die Steuer, die Versicherung und auch diesmal, ich glaube, die Hauptuntersuchung dazu. Und ich habe einfach mal geguckt, was hat es vor einiger Zeit gekostet beim letzten und vorletzten Mal. Habe dann noch einen schönen Aufschlag gemacht. Wir haben ja ein bisschen Inflation. Und dann komme ich mit meiner theoretischen Rechnung auf 690,47 Euro. Ist eine ganze Menge. Freizeit und Spaß, da draußen die Sonne scheint, habe ich ungefähr 185,50 Euro geplant. Aber das ist einmal das, was ich unternehme. Aber auch zum Beispiel sowas wie Netflix oder Disney Plus. Je nachdem, welchen Streaming-Dienst ich aktuell nutze. Und da komme ich dann auf 185 Euro. Kleidung und Schuhe, da bin ich aber sehr spendabel. Da kommen wir auf 12,50 Euro. Also mein Jahresbudget ist ungefähr bei 150 Euro, weil ich alle Kleidung immer bis zum Ende verbrauche. Und mehr möchte ich da auch nicht ausgeben. Kommunikationskosten, das letzte Mal bei 58,09 Euro. Beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil der Telefon oder der Internetanbieter hat gesagt, er wird teurer. Aber das juckt mich dann nicht, weil wenn ich umziehe, muss ich mir eh einen neuen suchen. Und dann wird das Ganze neu ausgewürfelt. Nahrung und Getränke, Nahrungsmittel und Getränke sind wir bei 320 Euro. Und ich würde sagen, Kuscher, Mensch, warum so viel? Naja, normalerweise rechne ich immer so mit 260 bis 280 Euro. Aber wenn das Wetter draußen so schön ist, da geht man auch mal ein Eis essen, da geht man auch mal ins Restaurant. Und deswegen habe ich da ein bisschen mehr budgetiert. Sonstige Ausgaben, frage mich bitte nicht, was ich da geplant habe. Aber da stehen die 5 Euro. Ich versuche mich mal dran zu halten. Und bei den Wohnkosten bin ich gnadenlos. Da zahle ich noch meine hohen Abschläge für Gas, für Strom. Und ich glaube, diesmal kommt auch so ein bisschen Abfall, Müll, Abwasser. Also das ist wieder so ein Monat, wo alles zusammenkommt. Und da sind dann auch um die 500 Euro. Alles zusammen ist natürlich schon mal ein schöner Geldpatzen. Was hier nicht aufgeführt ist, was aber in der Endabrechnung mit reinkommt, ist die Krankenkasse mit ungefähr 110 Euro. Und das sind dann meine Ausgaben. Das ist schon mal ein ganz schöner Patzen. Und dann lasst uns mal in die erste Slide zu den Einnahmen gehen. Und das ist ein ganz einfaches Slide. Da geht es darum, was kriege ich an faule Einnahmen. Und das sind, ich sage mal, 270 Euro und 26 Cent Dividende. Das habe ich so ein bisschen hochskaliert. Ich habe die Vermutung, die Hoffnung und bin mir auch relativ sicher, dass es deutlich mehr wird. Weil ich hatte ja vor einiger Zeit meine Dividendendepot geboostert. Ich kann ja auch mal das Video hier noch verlinken. Und rechne eigentlich mit über 300 Euro. Aber ich habe jetzt im Grunde genommen immer das genommen, was ich von vorher hatte. Habe einen gewissen Faktor genommen. Und mit diesem Faktor komme ich auf 270 Euro. Da kommen noch 100 Euro, ich sage mal, Zinsen dazu über Bondora, Go & Co. Das sind immer jeden Monat wirklich um die 100, 105 Euro Zinsen. Und dann ist im Coaching-Bereich auch noch ein Coaching dabei, wo ich 119 Euro kriege. Und alles zusammen sind das erst mal die ersten Einnahmen des nächsten Monats. Dann lasst uns doch mal schnell in die Kosten gucken. Jetzt kommen nämlich die Kosten im jeweiligen Bereich. Und da siehst du den riesen Unterschied beim Leben. Da sind wir bei knapp 2000 Euro Kosten. Und das ist ein Hammer für jemanden, der frugal lebt. Für jemanden, der sich immer im Monat mit 1250 Euro plant. Dann kommen bei Immobilien noch Kosten dazu. Da sind so die Hausgeldabgaben für meine Wohnung beziehungsweise, ich sage mal, immer Grundsteuer. Und beim Freelancing, das klingt zwar jetzt ein bisschen verrückt, aber ich sage mal, auch ein Blog oder ein Plugin oder ein Tool muss bezahlt werden. Und da habe ich durchschnittliche Kosten von 61 Euro im Monat. Und das sind sozusagen die Kosten, die ich begleichen muss. Und wie begleiche ich die? In dem ich hier noch Einnahmen generiere. Und hier siehst du mal, die Übersicht der Einnahmen kostenbereinigt. Und das bedeutet, bei Immobilien kriege ich knapp 280 Euro raus. Das ist schön. Das ist ein regelmäßiger Betrag. Da freue ich mich. Ich freue mich auch über die treuen Mieter. Die haben mich auch beim Flohmarkt besucht. Da habe ich mich auch gefreut. Bei den Investitionen, das sind die Dividenden, Zinsen und ein bisschen Risikoinvestitionen oder Hochrisikoinvestitionen. Da kriegen wir noch ein paar Euro von Aux Money. Da landen wir bei mindestens 370,26 Euro. Beim Freelancing komme ich auf 1166,89 Euro. Und beim Leben bedeutet, ich werde noch einige Sachen verkaufen nach dem Flohmarkt. Weil es waren zwar einige Leute auf dem Flohmarkt. Aber der eine oder andere, der sagt, ich möchte nochmal vorbeikommen. Und ich habe da jetzt schon ziemlich sicher 150 Euro. Lass uns nochmal ins Freelancing gucken. Und zwar bei Freelancing, was da alles reinkommt. Und da hätten wir jetzt an dieser Stelle, hier siehst du es. Da haben wir dann wirklich Google AdSense. Also fast 100 Euro kriege ich von Google AdSense. Das sind die YouTube-Einnahmen. Das sind die Einnahmen von zwei Monaten. Also mittlerweile ist es dann wieder so, dass ich pro Monat relativ sicher 50 Euro einnehme. Bei Affiliate-Einnahmen, das siehst du hier, Affiliate-Einnahmen und Blog. Das habe ich wirklich nur mit 100 Euro berechnet. Da ist jetzt wirklich so ein bisschen die Luft raus. Und ein großer Affiliate-Anbieter, mit dem ich zusammenarbeite, der hat die Konditionen verändert. Und das nicht zu meinem Vorteil. Und das sind einige Einnahmen, auf die ich verzichten muss. Ich habe mich mit denen schon mal kurz geschlossen. Ich habe gesagt, Leute, könnt ihr das nicht rückgängig machen? Oder könnt ihr die Konditionen nicht nochmal überdenken? Weil ich da wirklich ein großer Vermittler war über die letzten Jahre. Mal sehen, vielleicht kommt da noch was raus. Und ich bekomme da noch was. Aber mehr als 100 Euro rechne ich nächsten Monat nicht. Bücher und T-Shirts so um die 40 Euro. Im Sommer geht da nicht so der Bär ab. Oder zu dieser Jahreszeit. Coachings, das hat man mit 119 Euro. Und unterstützende Arbeiten, also dieses Freelancing, kommen wir doch bei 875 Euro. Was dann, ich sage mal, insgesamt ja diese über 1000 Euro ausmacht. Und was passiert da? Naja, durch die selbstständig unterstützende Arbeit kommt einiges Geld rein. Da bin ich so ein bisschen wie so eine Sekretärin, wo ich immer mal auf Zuruf ein bisschen mitarbeiten werde. Ich sage mal, dann gehört da auf jeden Fall das Coaching rein. Und ich habe jetzt den Auftrag bekommen, ich sage mal, eine Homepage für einen Sportverein aus unserer Gegend zu machen. Und alles zusammen, wenn das so eintritt, wie ich es berechnet habe, kommen wir auf 1166,89 Euro. Also wie du siehst, kommt dann doch einiges an Geld zusammen, wenn man Immobilieninvestitionen, Freelancing und Leben zusammentut. Und ich habe es unten geschrieben, wie beim letzten Mal, Arbeitgeber wieder geschlagen. Also im Grunde genommen mit den Einnahmen habe ich mehr verdient als damals, wo ich im Angestelltenverhältnis war, wenn die so eintreten. So, dann schauen wir mal auf die Gesamtbilanz. Und die Gesamtbilanz siehst du hier. Und da siehst du die komplette Übersicht der Einnahmen. Also insgesamt kommen wir auf knapp 2200 Euro. Das sind im Leben die 150 Euro von den Verkäufen. Als Investor die mindestens 370 Euro. Und die gerade genannten 1228 Euro als Selbstständiger. Also das ist doch schon ein schöner Wert. Und dem gegenüber stehen dann die Lebensausgaben, die natürlich sehr hoch sind mit der Auto, ich sage mal, Geschichte oder mit den Fortbewegungskosten und mit den Wohnkosten. Dazu kommen dann noch als Vermieter die Hausgeldabgaben und noch die Ausgaben für die Selbstständigkeit. Und jetzt kommt was ganz Verrücktes. Da wirst du dich kaputt lagen. Und zwar, ich habe das ja alles so eingegeben mit meiner Excel-Tabelle, die du gerade gesehen hast. Und am Ende wird das zusammengerechnet. Und ich gehe aus dem Monat mit minus 60 Cent. Das ist ja eine verrückte Sache, oder? Aber ich muss ehrlich zugestehen, alle Werte, die ich hier so berechnet habe, sind immer recht konservativ berechnet. Das heißt, ich erwarte dann doch bei den Einnahmen, vielleicht höhere Einnahmen. Und jetzt kommt ein Clou. Und das ist das, was das wie so ein bisschen Topfschlagen macht. Und zwar, es kann durchaus passieren, dass meine Jahresenergie, also Gas- und Stromabrechnung, dann im Juni schon passiert. Also letztes Jahr war die Abrechnung Anfang Juli. Aber ich habe jetzt die ganzen Zählerstände recht schnell gemeldet. Und wenn die passiert, dann bekomme ich von dem Anbieter, also vom Gasanbieter und vom Energieanbieter, eine ganze Menge zurück, weil ich ja doch immer gut die Abschläge gezahlt habe. Und wenn das passiert, dann ist es wieder wie beim Topfschlagen. Dann auf einmal freue ich mich und habe am Ende des Monats sehr viel Geld übrig. Also es wird ein super spannendes Budget. Es wird spannend, ob ich ins Plus komme. Ich bin da sehr konfident, also sehr optimistisch. Und wenn du wissen willst, ob das Ganze funktioniert, dann würde ich sagen, schau auf jeden Fall wieder rein. Ich habe ja mal noch ein bisschen Werbung reingeklatscht zum Finanzcoaching und meinen zwei Büchern. Ich will jetzt nicht viel drüber reden, aber wenn dich das interessiert, klicke dich unten in die Beschreibung. Da findest du alles. Ja, und dann würde ich sagen, drück mir mal die Daumen, dass ich die 60 Cent, die in der Planung fehlen, noch irgendwo finde und ich mit Plus aus dem Monat gehe. Und dann habe ich ja schon realisiert, ja, das halbe Jahr ist ja schon wieder rum. Also wenn der Juni rum ist, ist das halbe Jahr schon wieder vorbei. Beim nächsten Mal gibt es wahrscheinlich sogar ein Budget für das nächste halbe Jahr. Und dann schauen wir einfach mal, wie das ganze Jahr so abgelaufen ist, weil das Leben in der frugalen finanziellen Freiheit ist ja doch interessant. Und besonders in der zweiten Jahreshälfte wird es einiges im Tiny House geben. Und da gibt es ganz schön viele Zahlen, Daten, Fakten und natürlich auch Erkenntnisse und Tipps und Tricks für dich. Ich würde sagen, schau einfach wieder rein. Dein Christian. Bis denn. Ciao. Ja, und heute zum Schluss habe ich zwei kleine Sachen mitgebracht und zwar als erstes ein Dankeschön an LKH. LKH hat mir über Paypal einen Kaffee ausgegeben und das ist ein Kaffee mit zwei Stück Erdbeerkuchen. Da freue ich mich besonders, da kann ich wieder eine Runde schlemmen. Und damit ich nicht so faul auf meinem Stuhl sitze, ist der nächste Livestream, also der Livestream von Juni schon in Planung und da könnt ihr mir dabei helfen. Und zwar, der Livestream besteht mittlerweile aus vielen Fragen der Zuschauer, also aus Kommentaren oder aus wirklich finanziellen Fragen, die ich einfach so nach bestem Wissen und Gewissen beantworte. Und wenn du Fragen zu Finanzen, zu ETFs, zum Investieren, zu Kryptos, zu finanzieller Freiheit, zu Frukalismus, zu Minimalismus, zu Tiny House oder zu mir hast, dann einfach in den Kommentar. Ich nehme die Besten wieder mit in den nächsten Livestream und dann haben wir Ende des nächsten Monats wieder eine wunderschöne Session. Und dann würde ich sagen, wenn ihr euch noch Fragen geschickt habt, dann habe ich wieder ein Loch im Bauch und dann kann ich das zweite Stück Erdbeerkuchen essen. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.